Ja, das ist natürlich auch die Frage Deutsch-Deutsch. Im Prinzip hast du mit einer Bundesrepublik-Sportler besser dich kommunizieren können, unter der Dusche zum Beispiel. Aber das wurde von vornherein gesagt, also wir müssen diesen Leuten aus dem Weg gehen. Und ich hatte damals die Jutta Weber, das war so meine direkte Konkurrentin in 100 Meter Freistil. Und sie war mir immer dicht auf den Fersen, war nicht in Medaillenrängen, aber war eben eine. Und mit ihr hätte ich natürlich unter der Dusche ganz unkompliziert Deutsch reden können. Ja, unsere Fremdsprachen wurden ja meistens Englisch relativ wenig. Das war ja auch bedacht im Prinzip vom Staat, dass du da eben Englisch nicht zu viel weißt, wo du wohnst und wo du herkommst und was dein Vater von Beruf macht. Russisch etwas mehr. Aber das hat man ja im Prinzip bewusst gemacht, dass man die Menschen, die ins Ausland gefahren sind, nicht so geschult hat, dass sie sich dort irgendwo aus hätten finden können. Ja, und das hat dir natürlich auch manchmal ein bisschen zugesetzt, aber in deutscher Sprache hätte ich mich in jedem Falle mit der Jutta Weber unterhalten können. Das haben wir auch manchmal gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nie im Hintergrund irgendjemand in der Mannschaft als Staatssicherheit vermutet. Oder ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich war aus dem Elternhaus, mein Vater war Offizier und die Mutter war an der Partei im großen Krankenhaus. Und war dort Parteisekretärin und hatte ihren Mann gestanden. Also ich bin nie in die Versuchung gekommen, darüber irgendwie böse zu denken. Ich hatte auch nie selber eine böse Absicht. Es war zum Beispiel in Montreal war diese Erfahrung, wo ich gedacht habe, was machen die da? Da hatte sich eine Sportlerin, er war Schwimmer und sie kam aus einer anderen Sportart, hatten sich dort gefunden. Er war aber daheim verheiratet, Winfried hießer, Hartung war daheim verheiratet und hatte diese, ich glaube es war eine künstlerische Gymnastin, hatte sich dort verliebt und man hatte im Laufe der Zeit und man hatte dort in Montreal die Angst, dass die beiden sich absetzen. Sie waren beide aus der DDR, hatte man Angst, dass die, wir haben im Anschluss der Olympischen Spiele noch eine Reise gemacht, eine kurze mit Floßfahrt und sowas. Und da hatte man diese beiden total in Beschuss und da habe ich, das habe ich absolut nicht kapiert, was die denken, was die jetzt machen. Aber man hatte da im Prinzip von der Stadt und da hat man natürlich zu uns Jüngeren gesagt, mit 17 wusste ich nachher schon, dass es eine Staatssicherheit gibt, die auf dich aufpasst. Aber ich wusste nicht, dass die direkt in der Mannschaft ist, dass sie da Leute angesetzt haben, die von der Mannschaft, die jungen Leute, eben dort für die Staatssicherheit arbeiten. Und das habe ich absolut nicht kapiert, dass der junge Mann jetzt plötzlich in Westen abhauen will, weil er nicht mehr zu seiner Frau nach Hause kehren wollte. Ja, aber es war da ein furchtbarer Aufruhr und Durcheinander, weil man eben diese zwei, dieses verliebte Pärchen im Prinzip unter Sportlern, unter DDR-Sportlern da aufs Korn genommen hatte. Und geglaubt hat, die bleiben dann in Kanada, setzen sich irgendwo ab. Und das war überhaupt nicht, das war von denen gar nicht geplant.